Beim FC Bayern München muss sich etwas ändern. Gestern ist man wirklich unangenehm mit 2 zu 1 gegen den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Das dritte Jahr in Folge, in dem man im DFB-Pokal gar keine Erfolge einfährt. Wo liegt das Problem? Ist es die Sache mit dem Trainer? Thomas Tuchel, neue drin, Julian Nagelsmann rausgeworfen. War der Zeitpunkt einfach super schlecht vor diesen vielen wichtigen Spielen im April. Liegt es am Team? Haben wir nur Einzelspieler, keine richtige Teammentalität? Ist es die Inkonstanz? Geht die vom Sportvorstand vielleicht aus? Salihamidzic, Kahn, Heiner. Liegt es daran, haben wir keinen richtigen Stürmer vorne drin? Erik, Maxim, Typo und Ting waren jetzt die ersten beiden Spiele. Ich weiß, es sind nur zwei Spiele, aber diese beiden Spiele unter Thomas Tuchel hat er gar nicht gut ausgesehen. Oder es ist irgendwas ganz anderes, Leute, in diesem Video besprechen wir alles. War der Zeitpunkt ungünstig. Julian Nagelsmann wurde jetzt rausgeworfen, bevor viele wichtige Spiele anstanden. Wir hatten jetzt erstmal den Klassiker gegen den BVB. Das Spiel konnte man gewinnen. Dann war jetzt dieses wichtige Spiel im DFB-Pokal, wo man endlich mal wieder, nachdem man die letzten beiden Jahre so schlecht war, gegen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach endlich wieder einen Erfolg einholen wollte. Das wurde jetzt auch nichts. Dann haben wir jetzt zweimal Champions League in richtig kurzer Zeit gegen Manchester City, nochmal gegen den SC Freiburg in der Liga und noch ein paar andere Spiele. Das heißt, der Terminkalender ist super, super voll. Und kurz davon hat man jetzt alles nochmal durcheinander gebracht. Thomas Tuchel hat es bisher in seinen Interviews oftmals betont, die Bayern und er hatten sehr, sehr wenig Trainingseinheiten zusammen. Ich glaube, es waren jetzt nur vier Einheiten vor dem BVB-Spiel bis jetzt zum Freiburg-Spiel. Das ist super, super wenig. Und dazu kam ja noch vorher die Länderspielpause. Das heißt, die Spieler waren wirklich auch weit verstreut. Man konnte noch nicht richtig ein Team bilden. Das ist gleichzeitig auch ein Problem. Man hat wirklich das Gefühl, auf dem Platz Abwehr vielleicht ausgenommen, weil ich finde, die harmonieren besonders als Upamecano und Delift. Die harmonieren echt gut zusammen. Aber ansonsten hat man oftmals das Gefühl, dass da irgendwie zehn Einzelspieler auf dem Platz stehen, aber kein richtiges Team. Die Jungs agieren nicht richtig gut zusammen. Es ist nicht so flüssig. Es sind oftmals dann doch irgendwie Einzelaktionen. Jetzt war es wieder ein Eckballtor, was wir gestern geschossen haben. Und das Ding war auch kritisch, wie Upamecano sich da aufgestützt hat. Irgendwie läuft es einfach nicht so gut. Dann habe ich es ja gerade schon angesprochen. Sorgenkind Erik-Maxim-Chupomo-Ting. Ich war fest davon überzeugt, dass er richtig profitieren wird von Thomas Tuchel, weil er schon zweimal mit ihm zusammengespielt hat. Bei Mainz 05 und bei Paris Saint-Germain. Aber die ersten beiden Spiele, die wir jetzt von ihm gesehen haben, gegen den BVB und jetzt gestern gegen die Freiburger, sahen gar nicht gut aus von Erik-Maxim-Chupomo-Ting. Das habe ich mir definitiv anders vorgestellt. Und das hat er in dieser Saison auch schon deutlich anders gezeigt. Da ist natürlich auch die Frage, werden wir einen neuen Stürmer holen? Werden wir einen neuen Stürmer sehen in der nächsten Saison? Die Tür steht offen. Colomuani hat gesagt, er würde wirklich gerne zum FC Bayern. Lieber als irgendwie in die Premier League wechseln oder zu Paris Saint-Germain. Allerdings, der Ablöse ist definitiv um die 100 Millionen Euro für ihn. Ansonsten haben wir noch Victor Osimont. Der könnte sich auch vorstellen, für die Bayern zu spielen. Ablösesumme ähnlich hoch. Dann haben wir noch ein zweites Sorgenkind. Sadio Mané. Er hat in einem Interview gestern nach dem Spiel gesagt, dass wir bald den Mané sehen werden, den man bei Liverpool gesehen hat. Das heißt, er wird hoffentlich bald jetzt nochmal einen Schritt drauflegen, eine Schippe drauflegen. Aber momentan spielt auch er überhaupt keinen guten Fußball. Dann haben wir noch die Verantwortlichen beim FC Bayern München. War es ein Fehler, Julian Nagelsmann zu entlasten und Thomas Tuchel jetzt so plötzlich zu holen aus dem Nichts? Braco, Kahn und Heiner stehen immens unter Druck nach diesen Entscheidungen. Jetzt ist man im Pokal rausgeflogen. Man hat Tuchel geholt, weil man die Ziele als gefährdet gesehen hat. Jetzt ist es eben eins dieser Ziele, den DFB-Pokal zu gewinnen, nicht mehr möglich. Man ist dort raus. Ich weiß nicht, was es ist beim FC Bayern München. Das ist absolut schwierig. Ich finde es gar nicht cool so. Und bin mal gespannt, wie man sich jetzt am Samstag gegen den SC Freiburg in der Bundesliga schlagen wird. Ob man Rotation reinbringen kann. Eigentlich ist dafür keine Zeit, weil sich die Jungs mal wirklich einspielen müssen. Vor den wirklich wichtigen Spielen jetzt gegen Manchester City. Da sollte der Fokus drauf liegen. Allerdings ist die Bundesliga auch noch spannend. Mit einer Niederlage kann der BVB wieder vorne sein. Es ist alles sehr, sehr eng. Ich weiß auch nicht, was es ist, Leute. Kommentiert mal, was ihr meint, was das Problem beim FC Bayern ist.